Moin Leute, wie geht's euch? Ich bin so weit, dass ich euch hier die Plusverein unterstattet Nils und Hamed. Was geht? Es geht leider. Erstmal sorry für die Belichtung, weil wir wollten das Video drehen, weil das Video kommt am Dienstag. Deswegen, das ist schock zu selber, deswegen Bestrafung wird auch geil sein. Bestrafung, Gürtelschwiege. Und wie ihr im Titel sehen könnt, von Designer-Produkten versuchen wir den Preis zu erraten. Und der am weitesten weg war, also weg ist, kriegt Gürtelschlag von denjenigen, der am nächsten dran ist. So, ich will nicht zu viel reden, hier wird hier ein Bild eingeblendet und wir sollen unsere Handys rausholen. Und ich will mal direkt mal die ersten Preise erraten. Hier muss man reinkommen. Ich habe zu gehen, mach gut. Hier so, oh, oh, okay, let's go. Hier haben wir Balenciaga-Jacke, Bomberjacke, ich weiß es nicht. Also ich habe meinen Preis hier, kann man das erkennen, Cheech? Ey, bei Designer-Produkten, weiß ich es nicht, am besten Bro, kannst du das mal vorlesen. Ne, wenn ihr alle reingehalten habt, sagt mir was. Okay, äh, Bruder, echt, ich bin lost, glaube ich, wala, ich bin lost. Ja, was soll man da? Ich liest das erste vor, ich habe 4000. Hamed. 1.500. 750. 1.500. 1.790. Oh, du darfst Ajank einen Gürtelschlag geben. Lies die Wörter weg für mich. Na komm, 4000, Digga. Los, Digga. Ich tue dich hin. Los. Du Bastard, flicke dich. Warte. Wie doll, Digga, egal, Digga. Wie dein Vater es macht. Oh, mach jetzt. Oh, ja, Junge. Digga, Rücken ist hier, er macht hier, Digga. So, warte mal, Leute, Bild Nummer 2. Das ist ein Schuh? Äh, von welcher Marke ist der? Oh, ein Schuh? Digga, eigentlich. Nur Marke steht hier nicht, aber wir haben hier einen Laptop, aber euch werden die Bilder nicht angezeigt. Ein Schuh, ein Schuh, boah. Digga, von der, ich weiß nicht was, Ajit, kannst du kurz sagen, was das für eine Marke ist. Ist das Fendi? Oder was ist das? Ich kann das nicht erkennen ab hier. Ja, Scheiß auf Marke. Nein, das kommt aus dem Preis an. Nein, Scheiß, Digga. Designer, Designer. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja. Äh. Digga. Keine Ahnung. Ich will nicht. Ich will nicht. I don't know. Wir fangen an, 2000. 1000. Ich hab wieder 750. 1250. Ich sag 800, dann ne, das kriegen wir. 1250. Sag 800. Du hast gewonnen. Ach, Scheiß. Nee, ja, Hatschek kriegt wieder von Hamid. Hä, von Hamid? Wirklich? Ja, ja, von Hamid. Bei 1250, oder? Nee, 1250. Ja, okay. Bisschen lang. Ey, rückwissieren. Bisschen. Digga, das klatscht wohl, Digga, ne? Ich muss sagen, IG, ich dachte, du nimmst Off-White bei uns. Was ist das? Scheiße, 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 scheiße. Ich war doch bei der Zjaga da vor. Die Jacke da. So, Bild Nummer 3. Welche Marke ist das bitte? Nee, das ist, glaube ich, Gucci? Egal, alles steht, Junge. Du hättest auch ein bisschen leichter machen können. Egal, ist ja noch lustiger für uns. Weil das hässliche Sachen sind. Ey, hässlich, aber das ist teuer. Ey, das klatscht doch so, ne? Ich weiß doch, ob Hamid sehr viel aufholt. Digga, ich hab schon meinen Preis eingegeben. Holt schon. Holt schon sehr viel Schwung auf eingegeben? Nee, das erste Mal, okay, war ein bisschen so doller. Ja, das war stärker als zweiter. 1.500. 2. Ich hab 2. 1.100. Anu lacht schon, Leute. Wie hieß das denn? 2.400? Wer kassiert? Ich hab 1.500 nicht. Hamid! Hamid! Du hattest Hamid? Hä? Ich hab 500. Hör auf zu lügen. 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 Hör auf, er lügt. Er lügt, er lügt, kassiert. Warum hab ich 1.500 nicht? Hör auf zu lügen. Hör auf zu lügen. Hör auf zu lügen. Er hat 2.500. Hör auf zu lügen. Hör auf zu lügen. Ich hab mich vertippt, ich hab 5.500. Hör auf zu lügen. Das lügt, das lügt. Hör auf zu lügen. Ich weiß, ich hab 5.500. Ich hab 5.500 gespielt, aber ich hab wirklich vertippt. Komm, alles zurück. Kein Problem. Oh, Dinger. Ich hab mich wirklich vertippt. Ich hab 1.500. Bild Nummer 4. Wir machen 5 Bilder. Was ist denn vor? Eine Handtasche. Ich hab meine Zahl. Ich hab meine Zahl auch. 1.500. 950. Wunderlos. Er lacht schon wieder. 2.2009. 2.2009. Let's go. Habt ihr gehört? 2.2009. Das ist kaputt. Aiek. Dinger. Gọi es so toll, Dinger. War ich voll verkackt, Dinger. So. Letztes Bild. Eine Tasche von... Da steht so etwas. Na, ist das eine Tasche? Kannst du die Marke sagen? Sag mal Marke. Ja, sollst du da dringen? Sada. Oh, zum Glück hast du das gesagt. Warum sagst du das? Eben gerade sagen, weil ich so eine Mark und zwei Dokumenten. Okay, äh, du brauchst weiter. Letztes Bild. 2,5. 2,000. 1,300. 1,200. Oh mein Gott, wie schlafen ich klatschen? 2,200. Alter kriegen. Okay. Ich denke, dass du eigentlich mal ein Marken gesagt hast, Alter. Wenn euch dieses Video gefällt, liken. Wenn ihr den Teil 2 sehen wollt und mehr Derteile, schreibt das in die Kommentare. Oder lasst ein Like. Ich bin, du darfst auch mal. Hätte er die Marken gesagt, dann hätte er das ja auch. Guck, ich mach ganz locker. Das ist doch locker. Oh, ey. Bruder! Seid, warum machen wir so? Seid, warum machen wir so? Ja, natürlich stimmt. Wir haben das... Wir machen so. Ja, und er kommt so. Er kommt so. Egal, mir hat es voll gespaß gemacht. Ja. War geil. War geil. Nächstes Mal müssen wir Marken sagen. Ja, wenn nächstes Mal Marken was anderes oder andere Sachen. Erraten an Challenges mit Bestrafung, andere Bestrafung. Ansonsten, ich hoffe euch das Video gefallen. Wollte ich noch was sagen. Abschließen, Leute. Waren auf jeden Fall Bock gemacht. Lass ein Like da. Schreibt, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Genau. Nächstes Video Samstag, Leute. Nicht vergessen. Ansonsten haut da rein. Peace. Ciao.